Hi Freunde, na wie geht's euch so? Mein Name ist wie immer keine Idee RuneScape und ich begrüße euch herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Es ist heute mal wieder ein Guide und zwar ein Guide zu einem meiner Lieblingsbosse in dem Game und zwar zu den Twin Furies. Vorneweg wollte ich mich ganz kurz dafür entschuldigen, dass letzte Woche kein Video kam. Ich habe einfach momentan relativ viel Stress in der Arbeit. Und wenn du hier neu bist auf dem Kanal und dir dieses Zeug, was ich hier mache, gefällt bzw. dieser Guide dich anspricht, dann abonniere den Kanal doch bitte. Dann wirst du auf jeden Fall Bescheid wissen, wenn ich weitere solcher Guides produziere. Auch ist eure Meinung extrem gefragt, also lasst mir doch ein bisschen Feedback da, denn nur so kann ich merken, was ist gut und was nicht. Bestes Beispiel dafür war ich das letzte Video. Da habe ich ja so einen kleinen Quick Guide gemacht und habe einfach nur kurz einen One-Taker gemacht und so etwas erklärt. Und da kamen dann zum Beispiel Kommentare, die meinten, das sei eigentlich cool, aber das Problem ist, es ist an teils Stellen zu ungenau. Wodurch ich dann gemerkt habe, okay, es ist eigentlich ein Video, das in die richtige Richtung geht, aber da muss ich noch ein bisschen dran fallen. Nun gut, lange Rede, kurzer Sinn, Twin Furies, darum geht es heute. Twin Furies kann man aus zwei verschiedenen Gründen machen. Grund Nummer eins, er ist extrem cool zu machen. Es ist ein Boss, der meiner Meinung nach coole Mechanics mitbringt, der für mich jetzt lange, lange nicht langweilig wurde und wo ich echt viel Freude dran hatte. Und Grund Nummer zwei, man kann da auch eigentlich echt gut Cash rausbringen, wie ihr vielleicht aus meinem RuneScape Progress so ein bisschen wisst. Auf jeden Fall kommen wir erstmal zu den Level Requirements, beziehungsweise den allgemeinen Requirements für den Boss. Die da wären Zugriff zum Herz in der Wüste da zu haben und 80 in Fernkampf zu sein. Das sind an sich Requirements, die man relativ schnell mal erspielen kann und ich empfehle zusätzlich in dem Kampfstil, in dem mir hingeht, also Fernkampf, Melee oder Magic, mindestens Level 80 zu haben. Denn so ist wirklich gewährleistet, dass ihr gut Damage machen könnt und nicht gleich direkt wegsterbt. Also natürlich auch 80 Defense ist empfehlenswert, wenn ihr das schafft, aber Minimum 70 Defense, um irgendwie eine Götterkriegerrüstung aus dem God Wars Dungeon 1 zu haben, ist schon Pflicht. Naja, zudem kann ich empfehlen, dass wenn ihr das erste Mal hingeht oder die ersten paar Male, dann geht nicht Solo. Ja, man kann den Boss problemlos Duo machen, auch ein bisschen Cash verdienen, wenn man die Duo macht. Und wenn man zu zweit hingeht, ist er einfach um Längen einfacher, als wenn man alleine hingeht. Naja, dann kommen wir mal zum Equipment und beim Equipment empfehle ich an erster Stelle mit Magic oder mit Melee zu gehen. Denn man kann auch mit Range gehen, das ist überhaupt kein Problem. Aber bei den Twin Furies habt ihr an sich ein Boss mit zwei Targets. Und es gibt viele Szenen beim Bossfight, wo beide Zwillingsfurien zueinander hinkommen und ihr sie mit Abilities, mit Flächenschaden Abilities gleichzeitig angreifen könnt. Und naja, im Magic Spellbook und im Melee Spellbook gibt es relativ viele davon, währenddem ich im Range Spellbook eigentlich praktisch keine kenne. Also hierbei empfiehlt es sich einfach zu sagen, okay, wir nehmen hier Melee oder Mage mit. Einfach aus dem Grund, weil man dann an gewissen Stellen viel, viel mehr Damage raushauen kann. Vom Equip her ist es dann eigentlich relativ simpel gestaltet. Das heißt, ich empfehle euch einfach das Beste mitzunehmen, was ihr könnt. Und gerade wenn ihr zum Beispiel SoulSplit benutzt, ist eine Seelenhalskette aus dem Hydrix-Gedöns da einfach nur empfehlenswert. Zudem habe ich ja bereits erwähnt, mindestens Level 70 in Defense zu haben, damit man entweder eine Bandos oder eine Unterwerfungsrüstung mitnehmen kann. Und wenn es dann um Melee-Waffen geht, ist halt einfach die Drachenreiter-Lanze oder die Gift-Sense mehr als nur zu empfehlen, da diese beiden Waffen eine höhere Range besitzen und ihr leichter Flächenschaden-Damage anrichten könnt. Nun gut, dann kommen wir einfach mal zu den Fähigkeiten. Das heißt, wenn ihr den Boss-Fight beginnt, dann läuft eigentlich Limoria, das ist der Rote von den beiden, direkt auf euch zu. Und dieser greift euch erstmal mit Fernkampf an. Hier könnt ihr dann je nachdem, was ihr habt, SoulSplit-Prain oder Fernkampfschutz-Prain. Anschließend fängt dann Avarice, das ist die Graue der beiden, an, von Wand zu Wand zu rennen, wenn man so will. Und ihr müsst einfach nur einen Schritt zur Seite gehen, wenn sie auf euch zurennt. Ganz wichtig dabei ist, lasst euch nicht erwischen, denn ihr werdet dadurch eine Zeit lang kampfunfähig sein und ihr werdet mindestens irgendwie zweieinhalbtausend Damage kassieren. Ist enorm ärgerlich, kann man manchmal nicht verhindern, aber es ist eigentlich eine Fähigkeit, die man relativ easy blocken kann. Auch wichtig ist, sie startet immer von der nördlichen Wand zur südlichen Wand, geht dann zur westlichen Wand und rennt zur östlichen Wand. Kommt dann vom Süden und läuft in den Norden und zu guter Letzt vom Osten in den Westen. Wenn ihr diese Fähigkeit überstanden habt, dann gehen erstmal beide so ein bisschen zueinander und jetzt habt ihr eben die Möglichkeit, Flächenschaden-Abilities rauszuhauen, um den Damage zu verdoppeln. Nach kurzer Zeit allerdings springt dann Nemoria ein bisschen weiter weg und ihr müsst ihr hinterherlaufen. Denn jetzt fängt sie an, so Fernkampf-Dinger von oben runter zu hageln und ihr müsst dabei unter ihr stehen, denn ansonsten kriegt ihr enorm viel Damage ins Gesicht. Hier wechselt ihr natürlich euer Prey zu entweder immer noch SoulSplit oder eben zu Nahkampf-Pray. Denn hier werdet ihr nur von Avaris, welche eine Nahkämpferin ist, angegriffen. Je nachdem, welchen Combat-Style ihr dann mitgenommen habt, könnt ihr wieder, währenddem beide beieinander sind, zum Fernkampf-Pray wechseln oder beim Nahkampf-Pray bleiben. Ist an sich euch überlassen. Und vor allem könnt ihr erneut Threshold-Abilities raushauen, welche Flächenschaden machen. Abschließende Fähigkeit von den beiden ist, sie gehen zur Mitte und fangen an, einen Spell zu challengen. Zu channeln, meine ich. Und dabei seht ihr dann über den Köpfen so eine Leiste, die vollkommen orange ist und sich dann langsam abbaut. Und hierbei ist ganz wichtig, jetzt, währenddem sie diesen Spell channeln, macht ihr viel, viel mehr Damage an ihn. Das heißt, ihr könnt einfach Damage raushauen, wie sonst was. Aber greedet nicht zu sehr und geht früh genug weg. Denn wenn diese Leiste komplett weg ist, dann explodiert das in der Mitte. Und solltet ihr dann immer noch dastehen, werden sie euch ungefähr 4000 Damage ins Gesicht hauen. Also guckt einfach, dass ihr früh genug weg dashst. Lieber am Anfang ein bisschen zu früh als zu spät, um sich mal ein bisschen ans Timing zu gewöhnen. Und dann könnt ihr eigentlich relativ gut den Damage vermeiden. Beziehungsweise guckt vielleicht am Anfang auch immer, dass ihr ein Vorzeichen des Lebens dabei habt. Oder dass ihr halt über 5000 HP seid, wenn das anfängt. Solltet ihr es nun schaffen, all diese Fähigkeiten zu überleben, dann gratuliere ich euch. Ihr wisst nun, wie die Twin Furies funktionieren und könnt damit auch die Kills alleine machen. Kleiner Randfact hier an der Stelle, wenn ihr die Vamprism Aura aktiviert, äh, Soul Split mit dabei habt und auch noch das Seelen Amulett. Dann habt ihr sogar die Möglichkeit, die ganzen, oder die beiden Twin Furies ohne Food zu machen. Weil ihr euch genug Leben zurückholen könnt, durch gutes Einsetzen und Dodgen von Fähigkeiten. Naja, wenn wir jetzt gerade schon am Ende des Kills sind, kommt natürlich jetzt die Frage, wie sieht es denn mit den Loots aus. Und das ist eine Frage, die enorm schwierig zu beantworten ist. Denn bei den Twin Furies gibt es Loots zwischen einem Wert von irgendwie 40.000 und 10 Millionen Goldmünzen. Das heißt, hier ist natürlich sehr viel Luck im Spiel, ob ihr jetzt am Ende nach einer Stunde mit saftigen 15 Millionen Gewinn rausgeht. Oder ob ihr halt nur 2 Millionen gemacht habt. Ich kann auf jeden Fall aus Erfahrung sagen, das meiste, was ich jemals in einer Stunde rausgeholt habe, waren 15 Millionen, wie ich das bereits erwähnt habe. Da hatte ich ein Wappen plus noch eine Klinge und relativ gute andere Loots. Und das Schlechteste, was ich mal geholt hatte, waren 2 Millionen pro Stunde. Das heißt, an sich ist es wirklich ein Boss, wo man sagen kann, wenn ihr Glück habt, macht ihr in kurzer Zeit enorm viel Geld. Mit ein bisschen Pech kann es aber eine relativ, ja, ich würde mal sagen, moderate Einnahmequelle sein. Denn 2 Millionen in einer Stunde sind überhaupt kein schlechter Wert. Gibt es allerdings Besseres dann in der Bossing-Welt, sage ich mal. Naja, jetzt zu guter Letzt würde ich sagen, spiele ich euch noch eine volle Runde von mir ab und erkläre euch meine Gedanken dabei, beziehungsweise wann ich welche Fähigkeit aktiviere, um vielleicht den meisten Damage rauszuhauen, beziehungsweise um euch zu zeigen, was ich so überlege, wenn ich diesen Kill mache. So, nun schauen wir uns noch einen kompletten Kill an, den ich vorhin gemacht habe bei den Twin Furies. Und wie gesagt, erkläre ich euch, welche Fähigkeiten ich wann aktiviere und warum. Wir starten dabei am Anfang und zwar könnt ihr euch gleich merken, sie spawnen immer im Norden. Und wenn ihr da so ein bisschen in der Mitte steht, seht ihr jetzt dann gleich, spawnen sie direkt rechts und links von euch. Das heißt, ihr habt eigentlich direkt am Anfang die Möglichkeit, Flächenschadenspace rauszuhauen, so wie ich das hier jetzt auch mache und erstmal beide zu hitten. Das ist so ein kleiner Fakt, den ihr machen könnt oder nicht. Ist manchmal auch ein bisschen riskant, weil man dann vielleicht ein bisschen zu sehr greedet. Aber damit könnt ihr eigentlich am Anfang relativ gut einfach ein bisschen Damage raushauen. Naja, anschließend fängt dann eben Avaris, äh, doch Avaris, ist richtig, an ihre Runden abzulaufen, sag ich jetzt mal. Und da seht ihr, aktiviere ich eigentlich praktisch keine Fähigkeiten, sondern dodge einfach immer nur ein bisschen. Und sobald dann Avaris fertig ist und quasi in der Wand im Westen angekommen ist, aktiviere ich hier meinen Überwurf und mache den ersten Threshold. Damit schlage ich quasi die Zeit rot, bis Avaris zu mir hinkommt, um dann anschließend wieder die Flächenschadenspace zu aktivieren, um den meisten Damage rauszuhauen, weil halt wieder beide aufeinander stehen. Nun aktiviere ich dann den Bleed-Effekt, weil sich halt Nemoria hier bewegt und ihr damit leicht einfach den dreifachen Damage raushauen könnt. Plus ihr könnt natürlich währenddem einfach die ganze Zeit Avaris angreifen, finde ich, ist einfach relativ praktisch. Wenn dann halt Nemoria, äh, doch, Nemoria wieder unten ist, ich bin ein bisschen verwirrt mit den Namen, dann aktiviere ich immer Berserk oder Berserker oder wie auch immer das jetzt auf Deutsch heißt, um halt den maximalen Damage-Output zu haben, währenddem sie dann in der Mitte sind, wenn man so will. Und ganz wichtig ist, ich aktiviere es immer direkt, weil dann habe ich die Möglichkeit, währenddem hier beide dastehen, mir Adrenalin aufzubauen, um dann anschließend, wenn sie halt in der Mitte sind, beiden diese Flächenschaden-Thresholds ins Gesicht zu hauen und halt wirklich gut Damage rauszuhauen. Das heißt, ihr seht jetzt hier, das ist eine Fähigkeit mit Berserk halt aktiviert und ich mache hier 10.000 Damage an Nemoria und an Avaris mache ich dann zusätzlich noch irgendwie 12.500 Damage. Und das sind dann einfach so 22.500 Damage, die man mit einer Fähigkeit raushaut. Also hierbei kann ich wirklich empfehlen, aktiviert dieses Berserk, es kann enorm viel bringen, eben wenn ihr mit Melee hingeht, geht natürlich dann mit Mage nicht, aber dennoch ziemlich cool, wie ich finde. Dann eben rausdashen ist ganz wichtig und hierbei gebe ich euch jetzt einen kleinen Quick-Tipp. Macht einfach Autokampf aus. Ich kann euch nachher gleich noch einen Clip zeigen, wie es aussieht, wenn man dann mal Pech hat. Denn wenn ihr Autokampf anlasst, dann kann es sein, dass euer Charakter wieder zur Mitte hinläuft und ihr dann einfach den Damage in die Fresse kriegt. Naja, wenn dann eben die erste, ich sag mal, der erste Durchlauf done ist, dann kommt natürlich Avaris wieder auf einen zu. Und hierbei mache ich dann immer vier Autotags oder drei Autotags und der vierte ist dann der Bleed. Das kann ich euch kurz hier zeigen. Das heißt, sie kommt hin, ich mache ein, zwei, drei Schläge und mache nun den Bleed. Denn das führt eigentlich immer dazu, dass sie direkt, sobald sie den Bleed drauf hat oder mehr oder weniger direkt, anfängt, ihre Runden zu laufen und sich auch hier wieder der Damage des Bleeds erhöht. Das ist etwas, das könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Man kann den Bleed auch anders einsetzen, aber ich habe einfach gemerkt, dass das eigentlich relativ gut passt. Und meistens ist es dann auch so, dass ich während dem dann Avaris halt hin und her rennt, den Kill beende und meinen Loot einstreichen kann. Also ihr seht, es ist nicht so eine große Sache, es ist relativ simpel und man muss einfach so ein bisschen, ja, lernen, was man wann aktiviert, beziehungsweise wie es halt eben für einen am besten passt. Jetzt kann ich euch eben noch ganz kurz zeigen, wie das dann aussieht, wenn man eben Autokampf anhat und ein bisschen Pech mit sich bringt. Und das seht ihr jetzt hier ganz gut, dass ich halt hier wieder in der Mitte Damage machen will. Erstmal super wenig Damage gemacht hatte, weil ich vorhin schon ein bisschen verkackt habe. Und jetzt seht ihr, geht die Liste eigentlich fast runter und ich dash hier raus, aber mein Charakter rennt wieder rein und kriegt erstmal die 4300 Damage ins Gesicht. Und naja, dass ich hier nicht gestorben bin, war halt enorm lucky. Aber ihr seht deswegen, deaktiviert immer Autokampf, es hilft euch einfach und ja, kann auf jeden Fall viel verhindern. Herz will ich auf jeden Fall sagen, Freunde, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, wenn euch dieser Guide etwas weitergeholfen hat, dann schreibt es mir doch in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und schreibt mir auch mal, ob ihr die Twin Furies bereits vorher einige Male gekillt habt oder ob ihr jetzt das erste Mal rangeht und probiert sie zu töten. Würde mich auf jeden Fall auch Wunder nehmen. Und ja, ich würde dann sagen, Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Das wird nächsten Sonntag sein, denn meine Videos kommen ab jetzt immer am Sonntag. Zumindest, wenn ich es zeitlich hinkriege. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis dahin und Peace! Und dann bitte, bis zum nächsten Mal.